Moin, in diesem Video erkläre ich mal, wie ich diese Actionfigur selber gemacht habe. Also, dranbleiben. Ich habe letztens bei YouTube ein Video gesehen, da hat jemand sich selber eingescannt. Dafür hat er eine ganze Menge Fotos von sich selber gemacht, aus verschiedenen Positionen, das Ganze in das Software reingeladen und die hat dann daraus so ein 3D-Modell berechnet. Fand ich ganz cool, ich habe aber gedacht, eigentlich wäre es ja geiler, wenn man so eine Art Actionfigur hätte, die man auch bewegen kann, also die Arme bewegen kann und die Beine bewegen kann, damit man damit auch ein bisschen noch Blödsinn machen kann und damit auch ein bisschen besser spielen kann. Deswegen habe ich gedacht, eigentlich würde es ja reichen, den Kopf einzuscannen, die Hände und ja, Füße, Schuhe. Und so ist halt der hier entstanden, das bin ich in klein. Das erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe mir verschiedene Apps gesucht, die halt Gesichter oder Köpfe scannen können. Es gibt verschiedene Apps, die sowas können. Ich bin zum Schluss bei Bellos 3D gelandet. Ich zeige mal ganz kurz, wie die App aussieht, wie die funktioniert. Ich zeige es mal einmal ganz kurz hier vorne. Jetzt sieht man hier schon, ich muss ein bisschen näher ran. So, jetzt ist es grün. Ich möchte gerne scannen meinen ganzen Kopf und dafür in die Kamera schauen. Den Kopf zur Seite bewegen. Okay. Das Ganze nochmal zur anderen Seite. Zurück. Dann einmal nach oben. Und einmal nach unten. Okay. Jetzt wird das Ganze hier durchgerechnet und wir können gleich einmal gucken, wie es aussieht. So, jetzt kann man hier schon sehen, so sieht das Ganze dann aus. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal den Kopf bewege. Ich finde, die Qualität ist wirklich echt sehr gut. Jetzt ist hier noch ein Wasserzeichen drüber. Ich muss das Ganze jetzt erstmal speichern. Nennen wir das mal Kopf. So, jetzt wird das Ganze in die Bellos 3D Cloud geladen. Von da aus kann ich es dann exportieren und das Exportieren kostet halt 1,09 Euro. Einmalig. So, jetzt haben wir das Ganze gekauft. Jetzt ist das Wasserzeichen auch weg. Und wenn ich das Ganze jetzt exportiere, in HD und so, und dann kann ich mir jetzt aussuchen, ob ich das Ganze als OBJ oder als STL-File exportieren möchte. Ich habe das Ganze als OBJ exportiert. Ich habe es in dem Fall einfach per AirDrop auf meinen Rechner gespeichert. Dann habe ich das Ganze einfach in Cura reingeladen und von da aus einfach in eine vernünftige Grünste, transformiert und ausgedruckt. Also mehr habe ich eigentlich gar nicht gemacht. Jetzt muss ich natürlich dazu sagen, mein Kopf ist relativ einfach aufgebaut, was die Frisur angeht. Wenn es dann natürlich ein bisschen komplizierter wird. Ich habe natürlich jetzt schon ein paar andere Köpfe eingescannt, weil die das natürlich auch ganz cool fanden und so. Teilweise habe ich dann die exportierten Files erstmal in den Blender reingeladen und da halt noch so ein bisschen nachbearbeitet. So, was habe ich dann gemacht? Ich habe erstmal den Kopf ausgedruckt. Dann habe ich mir Hände gesucht auf Thimiverse. Das waren die hier. Die habe ich mir in den Blender reingeladen und die Arme ein bisschen länger gezogen und das Ganze nochmal so ausgedruckt. Auf einer Platte stehend. Und dann habe ich mir als nächstes Schuhe ausgesucht. Da habe ich zufälligerweise welche gefunden. Das sind die hier gewesen. Ich glaube, das war jetzt auch nicht bei Thimiverse, sondern auf einer anderen Seite. So, dann bin ich da hingegangen und habe erstmal den ganzen Kram angemalt. Dafür habe ich Acrylfarben genommen. Und das Anmalen ging eigentlich viel leichter, als ich es mir vorher gedacht hatte. Weil ich muss ja gar keine Schatten malen. Ich habe im Endeffekt mir eine Hautfarbe angemischt und habe dann erstmal den ganzen Kopf in Hautfarbe angemalt. Die Schadierungen kommen natürlich, weil das Ganze ja ein 3D-Objekt ist, von ganz alleine dazu. Ein bisschen schwierig wurde es bei den Augen, weil das doch ein bisschen Knibbelarbeit war und den Bart. Naja, aber wie gesagt, letztendlich ist halt dann das daraus geworden hier. Dann habe ich die Hände angemalt, die Schuhe angemalt und so weiter. Dann habe ich ganz einfach in die Hände, von unten rein und in die Schuhe, von innen und in den Kopf, von unten in den Hals rein, ein Loch gebohrt. Ich habe mir dann so ein Drahtgerüst gebaut, also wirklich ganz einfach zwei Drähte in den Kopf reingesteckt, die bis nach unten gehen und da dann die Schuhe dran. Dann habe ich hier oben einfach ein Draht drum gezwirbelt, der nach beiden Seiten rechts und links ging und da die Arme dran gemacht. So sieht das Ding hier von innen aus. Dann habe ich meine Schneiderin, meine Modedesignerin, die auch schon die letzten Earthling-Shirts, letzten Sommer designt hat, gefragt und die hat mir natürlich gerne geholfen. Ida, Dankeschön nochmal und hat mir diese kleine Jeanshose genäht, diesen Kapuzenpullover genäht, sodass ich das einfach alles hier noch anziehen musste. Ich habe das Ganze ein bisschen mit Watte ausgestopft. Ich habe den Hinweis bekommen, am Bauch müsste noch ein bisschen mehr Watte rein. Das habe ich hier gemacht. Ich hoffe, es passt mittlerweile ganz gut. Okay, so habe ich diesen kleinen Mini-Me also gebaut. Also das war wirklich kurz und schmerzlos, schnell erklärt. Das ist wirklich echt schnell gemacht. Ja, so. Das war es auch schon für heute. Kleiner Mann, kleines Video. Schnell erklärt. Wir sehen uns nächsten Samstag. Bis dann. Bis dann. Und dem dann. Ich bin ged om. Bis zum nächsten Mal.